Ja bis morgen. Hallo. Legenden sagen, die haben schon eine halbe Stunde da gewartet. Das muss ja einfärben, ne? Ja. Man kann's auch killen. Trau ich mich nicht. Gewalt ist keine Lösung. Kinders. Ja, ich spiel's auch erst mal auf dem Museum, ey. Ja, erst mal hier. Museumspielen. Ähm, ja, ich sag ja immer Kinders. Ich weiß auch nicht, ich hab mir das irgendwie angewöhnt. Ja, aber ich sag's schon länger. Ja, aber irgendwann halt, genau deswegen dann halt, ne, ich hab irgendwann mal ein paar von der Schule abgeholt, nach Hause gefahren, so. Meint ihr also, sagt Kinders, dann seid ihr gleich da. Meinte eines von den, äh, eines so'n Mädel, ist glaub ich 13 oder so, meinte, wir sind keine Kinder mehr. Entschuldigung. So, Babys, ihr seid gleich da. Wow. Love the end. Liebe das Ende. Welches Ende? Keine Ahnung. Splatoon 2 endet. Sollen wir, also, Splatoon 2 in die Bombe? Weiß ich nicht. Jetzt, ist mir irgendwie zu hoch. Muss ich sagen. Haha, die Bombe hat der nicht gesehen. Schadenfreude macht mich dann doch immer wieder glücklich. Nein, okay, das macht mich nicht glücklich. Warum springt denn da ja auch jemand zu mir, ey? Ja, tschuldigung. Warst du ja nicht. Ich weiß ja, du springst ja auch nicht. Ach so. Also, selbst wenn du dein Lobby wärst, Haribo springt nicht. Haribo fällt einfach nur und ist dann kaputt. Ah. Warum ist der so übertrieben? Maria. Booyah. Musik ne Lösung ist ne. Musik ist keine Lösung. Ist Mayonnaise ein Instrument? Oha. Was? Nein, Mayonnaise ist kein Instrument. Aber Musik wird mit, äh, Instrumenten erschaffen. Vielleicht wer... Und Mayonnaise wird dann mit Problemen erschaffen. Das ist bestimmt eine, äh, Kausalität. Was? Richtig. Hab ich auch nicht verstanden. Aber ich... Es klingt cool. Ergebnisanzeige. Meinst du, ich komm rein? Bam! Ja, weil wir haben gewonnen. Das heißt, die anderen, die Bösen, weil das steht Bad Guys. Das sind immer die Bösen. Das ist... Eigentlich ist Splattern auch immer so. Wir sind immer die Good Guys und die anderen die Bad Guys. Aber bei denen steht auch Good Guys, Bad Guys. Das ist, äh, Geschick... So funktioniert Geschichte. Der Geschichte wird von den Guten geschrieben. Weil die Guten immer die Gewinner sind. Bab-b-b-b-b-b-ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. schellendorf institut mann ich wollte ich sage ich sagte meine lieblings map wir heute einfach nicht gespielt zweites match weise hilft die münzgur ist das ja auch schon raketen krass der hat bestimmt voll aufs bäsche gepumpt schon wieder raketen willst du mich verarschen was hast du gesagt weil ich habe nur ich bin gehört ein überraschungs ich weiß gar nicht also nur nebenbei so aber nicht aber ich glaube hört man das eigentliche ich weiß gar nicht bestimmt liegt antaribo weiß ich mein akos konntest du dich auch manchmal nicht hören gestern das ein bisschen lauter geredet hast sie mir sei es gut nicht er war akos hat mir auch nicht zu muss das ist ein pinsel irgendwo habe ich gesehen danke ich habe getötet ja bitte voll gerne und so spricht er zu mir nein 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 keine küche keine probleme er liegt dann habe ich mir was ich habe gesagt wenn du mir zuhörst schenke ich dir zehn euro ach so wau herrschen das ist das nicht das ist 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 ich habe mir I'm in your face, Ghoul! Nani! Ghoul, Ghoul! Als hab ich nicht treffen, ey. Ich hab keine Tinte, das ist unbefällig. Nani! Mist. Zumindest gab es vorhin in der... also, äh, könntest mal versuchen, im Discord-Unterschiede zu finden. Sprache und Video Crisp aus... Crisp... Crispy... Krosse Krabbe ausscheiden. Okay, ich gehe auf... was heißt denn? Geräte... Beta... Streamer-Modus aktiviert, okay. Streamer-Modus aktiviert. Okay, ich kann schonmal, wenn ich Streamer-Modus aktiviert hab, schonmal nichts... Könntest man... äh, was ist denn? Sprache und Video-Cris... okay. Bestätigen? Ich hab ja, äh, wo Maxima Trigger hat. Ah... Wieder das Museum. Ja. Runde 3. Im Museum. Ich will doch... Einfach nur... Vor allem, ich möchte ja sagen, ähm... Ich mein, wir sind ja hier in einer... Hier ist es ja eine feste Lobby. Das heißt, das ist eine Lobby, ne? Wo Leute wieder reinkommen und wieder... Gewechselt. Also, ne? Wieder rausgehen können. Das hat einfach literally dreimal aneinander sich gedacht, oh, wir müssen jetzt das Museum wählen. Ich... Das macht mich traurig. Oh Gott. Ich bin ein Hamsterball und werde alle niedermann warm. Als ob, ey. Oh, ey. Als ob da eine Pinsel kommt, ey. Was ist das denn, ey? Starpils, ey. Ja, genau. Ich hab natürlich keine Tinsel. Ich... Ich... Ich habe... Jetzt getötet. Keine Tinsel, ey. Dann... Schwimm. Damit du wieder Tinsel kriegst. Oder ich sterbe einfach, dann hab ich auch wieder volle Tinsel. Oh. Ach so. Wow. Also manchmal... Aber nur manchmal. Tinsel! Nein, das ist ein Tinsel! Hm, das ist ein Tinsel. als ob ich hasse blaster immer noch was man und hinten schock glaube ich möchte gleich die waffe sonst was sich ja alter dass er schon wieder tintenschock hatte was manche wohnen mit ihren ja ich hatte jetzt auch vom so zum spaß mit airbrush gespielt schöne grüße haben doch gewonnen also ja ich habe dazu beigetragen ja mit airbrush kann man zu viel einfärmen ich wusste ja wohl so muss das weißt du stelle jetzt davon die hätten jetzt das blöde und zwei genau das system in split 2 3 einer diskette jetzt direkt am anfang lobby bricht zusammen belastend ich wüsste ob wer disconnected wäre na sag's ich weiß nicht welche waffe du hast wer kleckser war ja richtig doppelkleckser fokus kleckser wow er bleibt kleckser profi kleckser genau wahrscheinlich würde der profi kleckser diskonnect ich weiß eigentlich wer das ist aber ich bin mir sicher er würde diskonnect okay wo man kann man muss wieder kommen oder die müssen wir eine coole map gehen anders aber das herum als absatz zwei snipen bei euch sind ja gut die kann ich zielen naja toll da sind wir also leute die wollen die neue waffe üben als ob man wirklich mit sniper und der kampf eingeht ja doch schon ich muss sagen es gibt nur zwei jahren von leuten die in revierkampf eingehen wirklich mit sniper entweder die die wirklich gut sind aber so wie ihr die ganze zeit am leben seit seit ist sind dies schon mal nicht oder leute die jetzt noch üben wollen ich weiß der der macht auch nicht der ist mir jetzt hinterher geschwommen quasi hat mich jetzt zwar erwischt dann weil ich da keine tinte hatte aber er hat sein heilgrund verlassen ist sogar dieser pyro gamer gewesen ach so ich habe dachte das soll pro gamer heißen oder pro keine ahnung weiß es nicht also meistens sind die viele kommen gar nicht so kluge die denken dann das wäre ein er aber ein cooles er oder so cool geschnörkelt ist stehe ich nicht boah ich habe den japanischen lennl kaputt gemacht nebel lennl da steht jp lennl achso achso nein was war ja genau haben wir uns diese runde überhaupt mal gesehen achso jetzt ist er auf k gegangen mal du scheiß ja nice schwager hätte ich noch als ja dann dann viel erfolg und dankeschön für den jörg viel erfolg und schöne größe ich彤 blöde wir wollen die pro gamer er sind mehr pro bullshiten 불�schwitz ähh 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 bbbbb oha h wow wir sind sogar in einem team das heißt ich muss gleich mal weg da was doch auch geschossen und ich habe die punkte gekriegt ich nie meine special folge weißt du im splatfest sagst du noch so ihr fährt dir die base ein und jetzt mach ich das ja genau wo ihr solltet weil ich ne Waffe hab die nicht den Dingens einfärmen kann hat es keiner gemacht jetzt mach ich das hier die kann man dir recht machen richtig hä ich glaube wie ich nicht mehr komme war da war der kugel ich habe nie gesehen als ob da zwei jetzt sind ey man ja ich glaube schon da kam wir runter ja wir lassen sehen da Ah, es ist auf. Ah ok, die hat aber auch Jetzt kommen die Raketen Alter, wie weit hat er die Instant Bomber geworfen? Raketen wieder Die Teammates sind, die Gegner sind, glaube ich, ganz gut Also irgendwie Zumindest kommen wir nicht so gut aus Das ist ganz gut Kenn ich nicht Kennst du nicht? Dabei spielen wir doch auf Monta Maria Achso Ist das etwa ihr Boot? Wer weiß Belastend Ich wechsle die Waffe Mach mal Ja Ok Einfach jetzt aber alle Waffen aussetzen Oha Schon wieder im Museum Ja Gegen Wow Ich sehe Weder in der Terne noch, dass du gelaufen bist Ja Ja Horror Stream eingelöst haben Komm natürlich zuerst der Hollow Knight Speedrun Will meine Punkte zu Ok Weiß ich gibt seit Ewigkeiten keine Punkte mehr aus Ich wollte Hollow Knight Speedrun und Tora durchdrücken Ja Hab ich mir gedacht Dann kommen die als erstes durch Und was ist Wahrscheinlich kommst du erst die Last Lock ey Hast du aus hier Die noch nicht mal vorlässt Was ist los mit dir? Die kommt dann einfach so Mann Ist doch egal was du erst kommst Ich würde Ich würde extra Punkte investieren Ich würde meine Sonst Zeig ich das Alter ich habe jedes Mal Für alles Punkte investiert Ja aber ich hätte extra hier die Ola Knight Ich bin mal gespannt Wenn Silina die Auswertung gemacht hat Und so Auf welchem Platz du mit den Punkten bist Wie viel du da eingelöst hast Und bist du dein letzter oder so Hast du die wenigsten Punkte dafür eingelöst und so Ey ich habe wie in Stream immer brav eingelöst Und ich war alles Alter ich war da schon längst weg ey Ich hab hier alles hier Alts stopp Sonst würde ich hier meine Schucki zurück Gibt doch nicht hier Wurft gerne zu Schucki aus Nur um dann so hier betrogen zu werden hier Manche richtig Grandale hier War das los mit dir? Eigentlich wollte ich mir die Nachricht durchlesen Aber ich kann gerade nicht gucken Deswegen äh Muss ich äh Cool cool geil Naja fast Eigentlich würde ich sagen Rumrenten aber Sind wir eigentlich in einem Team? Ja doch tatsächlich schon wieder ey Ja leider Na ey ey Ich dachte der geht hinter dir Muss ich halt nicht üben Zumindest glaube ich Dass das doof wäre Äh Könnt ihr ja jetzt die nächsten Tage Einfach ganz viele Horrorfilme gucken Und irgendwann Dann Dann äh Ein bisschen Immungegenhauter Nein was was Die ersten fünf Segmente geschafft Fast kein Problem Zweimal gestorben Weil ich dachte ich kann kleine Gegner einfach ignorieren Belastend Kann man eigentlich auch Einfach äh Einfach Kommt auf Wobei kommt auf die Gegner an Manchmal nerven die schon ein bisschen So Ende September, Oktober, November, Dezember Guck oder wär doch clever September, Oktober, November, Dezember Dann hättest du nicht einen Pro Monat noch einen Stream Eigentlich gar nicht mehr Und sich selber tags Ist Akos auch noch schuld Denn jetzt ist auch noch Akos schuld Deswegen bandst du Akos weg Ist das denn für eine Ausrede? Mann, Matti Jetzt hast du den Scheiß halt Wenn jetzt Akos oder Laptop? Keine Ahnung Was ist denn? Richtig aggressiv hier Keine Beleidung jetzt Jetzt haben wir hier Dich Ach, genau Ich weisse Weil Also Wenn du den Modchat nicht liest Sind alle schuld Außer natürlich der Senino Fun Ja genau Lies erstmal den Modchat Und dann gucken wer wer schuld ist Als ob der mit seinem Tinjok alles niederreißt ey Wow Nein, ich glaub ja genau beim Horrorsteam Wollten glaub ich einige dabei sein Wobei mit einige dabei sein glaub ich heißt Wir hören nur zu und gucken nicht hin Wie war das mit alles wird abgeklebt außer die Kamera? Kann man dafür eigentlich so Jumpscares Sounds noch reinhauen wäre das wäre das was ich für das schreibe ich am besten einfach auf den discord damit der druck größer ist aber diese leute sehen dann ja das voll die gute idee und sondern kann selina schlecht nehmen wir doch mal nicht so solch solchen diesen von mir aufnehmen oder so hallo was soll das nicht die leute hier zum quasi herzinfarkt erzeugen ich bin herzlos alles gut hat doch auch man hatten die anderen nicht nur an dich ich habe gelernt ich denke an die kinder das geile hat nicht aufgepasst so ha belassen wir haben darüber erzählt dass wenn es geiler jetzt aufpasst sie 20 euro was hast du heute mit dem geld ich weiß nicht kann auch die idee wollen wir das witzig jetzt habe ich mich tot gelacht nicht nicht ich bin mir sicher dass ich doch ja ich lebe noch mal später im keller ach so was bin ich einmal gestorben ich bin die maschine ich habe selber einen doofen job ich bin das geiler sollte auch mal anfangen zu streamen und jedes mal wenn jemand so keine ahnung das habt oder so wurde geld nicht ich habe nichts geführt wenn man voller essen essbares okay das letzte was hat dann das letzte ich wollte es einfach nebenbei noch meine manche woanders das ist meine seite ich war zuerst hier ist für den gegnern okay warte wir haben stehen wir haben stehen ja wow tintenschock ich wollte dir helfen aber dann dachte ich mir du wolltest ja jetzt von den gegnern also achso ich muss ja werden ich habe erstmal die gegner gesucht achso wie lange suchst du denn die gegner ich habe zuerst und deren base gesucht hast du und dann habe ich gesehen ah das sind ja drei ja kensel ach noch ein komischer anderer man die greifen immer zu zweit an das ist voll unfair jetzt steht in einem anderen raum bin ja nicht am händen die erst so er mit cancer krexer kann ich auch nicht um und dafür werden die 20 euro gut gewesen hätte dann gespart und dann in jedem raum pc gestellt easy einfach bezahlt sich eure pc kaufen was los mit dir kommst du einfach in so einem laden rein und liegst du so 20 euro auf den tisch hätt gern pc das langt doch oder meine ich glaube nicht dass das reicht legst du einfach nur so 25 cent und knopf dazu ok aber der rest ist trinkgeld jetzt schon wo müsste man echt mal so bestellt einfach essen und gibts dann genau passend ab und dann warten sie ihr trinkgeld oder gibts dann einfach einen hustenbonbon gängchen war das doch das war doch bei mr bean glaube ich so ja ich glaube da ist der trinkgeld da an der tür normal und dann hat er halt sich so geäußert hm 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 und dann äh ja stimmt aber aber nicht nur bei mr bean bei hier kevin allein in new york war das auch einmal so da wollte auch der hotel page trinkgeld haben aber ich glaube kevin hatte ihm da halt mit kaugummi gegeben oder so und dann am ende des filmes war hat seine familie dann auch da äh ne 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 gar nicht äh dann in der späteren szene äh war dann halt wieder da wollte dann wieder was haben und kevin wollte ihm dann wirklich geld geben aber da meinte er so ne ne ich hab doch was zum letzten mal und zack hat sein kaugummi vor aber dann hat er gesehen oh er wollte mir geld geben und so nein nein ich will das doch haben aber dann hat kevin hat die tür zugeschlagen eheheheh hehehe hehehe ah stimmt ich erinnere mich ich erinnere mich boah das ist ewig her als ich den film gesehen hab ist echt so letztes mal weihnachten und das jetzt mal gesehen museum mann er wird sogar so eine schöne da hat einer scheiße was geauft man kann ich sich nicht schöne sachen aussuchen also meiner sieht cool aus ja ja ich wollte die waffe wechseln ich glaube schon in New York oder zuhause beide aber ich weiß nicht ich glaube in New York also Haribo sprach von New York genau aber beide laufen ja immer um weihnachten ja ich guck kein Fernseher ach so ja voll mit der Bombe dann springt der auch hier nein oh die sind durch hier brauchen wow 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 ja blöder Pinsel ey clever auf deiner Seite als ob zwei bei uns in der base sind ey wo jumpscare also sind wir überhaupt in einem Team ja doch ja so viele Raketen ich will auch Raketen ey ich hab Raketen nein nervt mich gefällt mir nicht wow daumen runter ha nein einfach so nein ich kann es mir keinen Daumen runter geben ich brauche Daumen hoch um den Hunger der Welt zu stellen 20 her Chick r21 r21 oder nr will wenn Als ob sich einer so genannt hat. Ja, doch. Hab ich gerade fertig gemacht. Als ob ich mir so ein Scheiß ausdenken könnte. Alter. Belastend. Gelb. Dominant. Boom. Ich war gelb. Du wüsstest ja auch immer noch, aber... Ach so, stimmt. Ach, der ist Disconnect. Lol. Ach so. Oh. Aber davor auch schon. Ist einer bei den Gegnern Disconnect. Ach so. Hat keinen Bock mehr. Okay, hab ich nicht mitgekriegt. Nicht mein Problem dann. Oha. Yes, man. Yes. Ich hoffe gegeneinander und dann mach ich dir die Maps so. Nö. Nein, alles ist auf meiner Seite. Never lucky, ey. Ganz ehrlich. Polo. Nicht mehr. Nee, weh. Schöp. Ja nicht mehr. Ja nicht mehr. Ja nicht mehr. Ich habe nur ein Fisch. Nein, meine ich in Kromi schäSE. Ich habe nur ein Fisch. 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 Aber es ist mir so falsch. Ich habe nur ein Fisch. Wut? Wo kommt der denn noch? Oh Gott. Nein, jeder geht auch umbelassen, ey. Komm Michas, was geht? Alles gut bei dir? Hey Michas! Fang mich auf! Ne. Schade. Oh shit, ey. Verlassen. Aber ja, ich hab den voll weggepretzelt. Okay. Klar, aber die hat es nicht. Sehr schön, so muss das ja auch alles, würde ich sagen. Okay. Ich hab's soweit auch alles ganz, ganz, ganz nennies. Oh Gott. Ein paar Runden machen wir noch, Felsenbocker. Er ist mir Jess. Danach Mario Kart. Ja genau, um 11 Uhr, 13 Uhr geht's in Mario Kart. Bis am Essen, oh, aber das gibt's schon, das ist guten Hunger. Ja genau. Dann guten Hunger, aber... Du kannst ja trotzdem mitmachen. Echt mal. Andere haben mit einer Hand gespielt. Currywurst. Was? Was ist der Currywurst? Was? Was ist der Currywurst? Es klingt, als wäre Michas wieder alleine zu Hause und zu faulen, sich Essen zu machen. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja selbstgemachte Currywurst. Naja, natürlich nicht. Achso, ja gut. Nö. Ich sag mal nix dazu. Oha, easy win. Easy. Easy. Wir wollen nix gemacht, trotzdem gewonnen. Oha. Oha. Ja richtig so, ey. So muss das. Oh ja, gegen Matti. Ich werd ihm jetzt die Map so kaputt machen. Ja mach doch. Okay. Wo bist du? Treffen wir uns. Auf dem Schiff. Auf dem Schiff in der Mitte. Ganz oben. Auf dem Mast. Also ich bin oben. Wo bist du? Ich bin auch da. Wo bist du? Achso. In der Mitte hab ich doch gesagt. Was los mit dir? Ich dachte du auf dem Mast. In der Mitte. Ach, auf dem mittleren Mast. Okay. Ich bin jetzt in der Mitte. Wo bist du? Ich bin auch in der Mitte. Wo bist du? Ich bin in der Mitte. Achso. Wer darf der mit Bomben? Ey. Habe ich gesehen. Ich hab gar keinen. Ich bin in der Mitte. Nein. Scheiße ey. Das war's für wert. Alle gehen mit Stein Niveau. Na danke Skylar. Ich bin wieder in der Mitte. Wo bist du? Äh bei dem. Da bist du. Da bist du. Ja der ist ein Schwapper ey. Ach man ey. Schwapper ey. Der schummelt ja auch. Ich hasse ich. Ich reporte ihn gleich. Krasser aus. Hier. Würde ich auch machen. Klaut einfach mein Kill ey. Oh ich hab Bowser getötet. Entschuldigung. Und Mario ist die ganze Zeit damit gescheitert ey. Ich hab ja nur Splitting und einmal ey. Tja. Neidisch. Boah. Macht der Worte wohl. Okay. Maaan. Aber ich hab ihn mitgenommen. Ding. Oh ha. Hä. Ja der hat mich auch erwischt hat ey. Was macht der denn da ey. Achso. Dumm sein. Nein. Nein. Da waren zwei Leute die ich gekippte. Da kommst du auf einmal. Ja. Verdient. Ist okay. Ich hab Haribo gekippt. Nein. Ich brauch mal ne andere Waffe ey. Die stinkt hier ey. Ich hab jetzt. Nein. 10 Sekunden. Nein. Kein Mensch braucht Bungo hin. Ich hasse Tintenschock. Belastend ey. Nein. Na. 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 Ohja. Das sieht solide aus. Haben wir gewonnen. Bam. War das gerade. Ja ganz knapp ey. Ernst? Ehrlich? Aber okay, das ist ja seine Sache. Leid. Ah, wieder ging Matti. Treffen wir uns auf der linken Seite. Okay. Da bei den Dinosauriern, ne? Da, wo die Dinosaurier ausgestellt werden. Was ist ein Dinosaurier? Wie, was ist Dinosaurier? Das ist meine Messe, diese Quale. Nein, hier hat jetzt einfach nur er was gesagt. Hier sind noch keine, ich suche die Dinosaurier. Ach so. Hab ich gefunden. Da war der Dinosaurier. Da ist der Dinosaurier wie ein Fossil auseinandergefallen. Du warst aber nicht auf der linken Seite. Ja, ich bin... Doch war ich und dann warst du da, nicht? Und dann darf ich mir Haribo lügen bestimmt. Boah, ich nehm mein ganzes Team auseinander, Haribo, ey. Scheiße. Überlassen. Nein, 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 ach man. Treffen wir uns wieder bei den Dinos? Ja, ja, machen wir. Oder... Oder sagen wir jetzt die Indianer? Sowas sagt man heute nicht. Ach so. Heute sagt man ähm... Menschen mit Fehlern auf... Mit Fehlern. Hintergrund. Was? Ne, egal. Es gab, glaub ich, echt so nen Kindergarten, da gab's Kritik, weil die Kinder sich als Indianer verkleiden wollten oder so. Und dann hier so, äh, man sagt nicht Indianer! Okay. Ja. Also ich wusste gar nicht, dass es so ne Diskussion darüber gab, sag ich mal. Boah, ich glaub manchmal, wenn man so... So zu Indianern zumindest. Also ich weiß, dass es zum Beispiel zu, ja, den Eskimos, weil sie jetzt ja Inuitstal das gab. Was ich dann ja auch verstehen kann. Ey, warum? Ich muss... Ja, hab ich auch gar nicht verstanden, warum. Eskimo ist, ist halt, äh, heißt dann für die, rohfleischesser. Und das, wenn die hat eine Beleidigung. Ach, Eskimo ist ein, ein Begriff, der eine Bedeutung hat und heißt rohfleischesser. Mhm. Und was heißt Inuit? Gekochtesfleischesser oder was? Keine Ahnung. Also ich, immer weiß ich nicht. Nein, okay. Ich meine, sagen, krass war auf dem Level einfach, ey. Für mich war einfach Eskimo. Und was heißt Indianer, die... Ja, deswegen frag ich mich das jetzt ja auch, was Indianer dann halt heißt. Ich meine, es gibt, äh, Bereiche, da kann ich's verstehen, ne? Ich meine, gerade jetzt, äh, gerade bei den Schwarzen das, äh, N-Wort, das ist ja mehr, äh, äh, auf die damalige Zeit. Das waren ja eher dann, äh, das ein Wort für, äh, Sklaven und so. Und deswegen verstehe ich da, wenn man sagt, ne, so werde die nicht verstanden, aber ich weiß nicht. Ja, äh, gut, okay, wenn das... Wusste ich nicht, das mit, äh, Eskimo. Seht ihr, deswegen, äh, wenn man schon was erobert, dann richtig, weil sonst, äh, kann, werde ich nicht im Nachhinein... Nein! Ähm... Boah, ey. Fertig. Nein, Quatsch. Don't do it. Schade. Ich will mir so lange, bis, bis, Mathe Maria noch mal kommt. Ah, wieder gegen Batschie. Oh, ha. Ab zu den Dinos. Es gibt echt an der Decke hängen Dino. Oh, echt. Krass. Ich hab einfach recht. Das war das erste, was mir gefallen ist. Aber in welcher Sprache heißt denn Eskimo-Rohfleischesser? Sag jetzt nicht Inuitisch. Dann, dann... Dann haben die... Nochmal was? Auf welcher Sprache soll denn Eskimo, äh, Rohfleischesser? Weiß ich gar nicht. Ja, haben die... Weiß ich gar nicht. Das ist wohl vielleicht... Oh, sch... Stell dir mal vor vor, die haben das einfach selbst, einfach in ihrem Wortschatz so aufgenommen. Die haben gemerkt, okay, wir werden Eskimo genannt. Dann übernehmen wir dieses Wort in unserer Sprache und nennen es Rohfleischesser. Dann können wir sagen, dass wir nicht mehr so genannt werden dürfen. Weil wir heißen Inuit. Das ist der coolere Name, ne? Ja. Ich hab überlebt, wie ich das gemacht habe, aber ich bin einfach unvermeidbar. Das ist ein großer Punkt. Drop the mic. Was? Was? Was spielt der Mieters eigentlich? Den Sniper. Stimmt. Hast du dich geil gemütet? Ich hab genießt, ja. Ich kann schreiben... LOL, das ist mein Kill. Ich hab alleine geschafft, ey. Danke, random für nix, ey. Was soll's hier? Na, ich bin... Maaan. Na, ich bin ja auch dafür... Man soll ja auch... Kämpfen, wofür man an man das glaubt, ne? Die einen kämpfen gegen den Klimawandel. Andere... Wegen... Benennung. Haha. Bam! Das! Ach, geht doch. Mann. Ah. Ich hab ja eines Mieters mit seinem Sniper. Hä? Darum steht auch einer von euch. Oh, jetzt ist er auch runtergesprungen. Nein. Halt's auf! Wie auf hab ich dich bitte getroffen. Ah, unantastbar. Ah, Mati schummelt. Boah, wenn ich es... Na gut. Ja? Wenn du das... D'accord. Minjas war... Ach nee, der war der... Okay, fast. Dann machen wir jetzt Mario-Kan, ne? Mach ich ne Lobby auf. Mach ich ne kurze Pause, mach ich ne Lobby auf.